In bzw. vor der IHK-Akademie in Reutlingen werden am 8. November wieder die traditionellen IHK-Berufsinfotage eröffnet. Schüler und ihre Eltern können sich hier zwei Tage lang über Ausbildungsmöglichkeiten bei den Betrieben und Institutionen aus der Region informieren. Erstmals sind rund 90 Unternehmen dabei. Dazu wird vor dem Gebäude extra ein Messezelt aufgebaut. Interessierte können die Messe am Mittwoch, den 8. November von 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag, den 9. November von 9 bis 16 Uhr besuchen.